...Pre-Opener, weil wir junge Musiker dabei haben, die nicht so lange aufbleiben. Aber heute ist eine Ausnahme. Ja, die Lotti, Orslan, spielt heute für uns My Heart Will Go On an der Blockflöte. Und ihr Bruder Johannes ist spontan als Schlagzeuger dazugestoßen. Und der Rüdiger spielt Bass. Und noch spontaner dazugestoßen ist die Renessa, die einen Stropel legt. Und ich spiel auch mit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020